Was ist das, Jimmy? Bewegung! Los! Los, ich gebe Feuerschutz! Ja, Sir! Los, auf jetzt! Los! Aua! Oh, ich brauche Muni! Ähm, ja, ich brauche gerade mal Munition, wenn ich immer eine neue Waffe finden würde. Ähm, okay. Ich wechsle mal eben auf die, ähm, Pistole. Mist, ich treffe den nicht. Oh, warte mal. Oder so. Sind die Gegner unten, oder? Hä? Hallo? Ach ja, das gab's ja auch noch. Quick Time, hab ich ganz vergessen. Oh Gott. Oh. Hui. Noch was gezischt, was? Wir sind auf Widerstand gestoßen. Die Rebellen sind besser bewaffnet, als wir dachten. Diese Markierungen, schon mal gesehen. Das ist von uns. Wo habt ihr das gefunden? Mir nach. Hier hin. Herein. 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 mon dieu hier ist genug feuerkraft für eine kleine armee einiges davon wurde für den orden hergestellt die grain hat sogar eine bogen kanone gefunden wir haben etwas von unserem inventar verloren haben wir nicht hilfe mal damit sehen was drin ist was habt ihr gefunden sexy boah krass ich sag doch das battlefield 1 lager ist das dann nehme ich die knarre doch direkt mal mit ich glaube ich muss selbst benötigt unsere auf der richtung was sind die position los jetzt wo wir keine waffe die hätte ich gerne alter gesehen krass was drücke r2 um geschosse aus thermienschrott zu verschießen huch boah wie geil alter boah wie geil ist das denn alter boah wie krass boah das ist ja übel in der was da oben oder was okay wir müssen ihm helfen gib mir deckung alter nehmen sie die arme ähm ja hier sind ja leichte leute da kommt noch einer okay es sind nur noch ein paar schritte verdammt alles klar ich glaube los hilf mir mit dem regal das lief gut naja so gut wieder nicht was ist das für eine geile medizin die will ich auch haben wo gibt es die beim apotheker nebenan durchschuss und eine kugel in den magen oh gott ah je so was haben wir hier eine kartenzeichnung die rebellen sammeln sich die waffe ist geil die wir haben alle mann zurück ich zünde äh was in dem kleinen raum oh je keine weiter das spielt keine rolle mehr monsieur spart dir das beten lafayette es gibt kein gott im hilft oh je los jetzt gehen wir ja 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 es ist nur ein paar hundert javzentwerden und die verfluchten rebelle werden uns immer Wie cool das ist, der Spiel, Alter. Boah, dü-dü-dü-dü-dün, dü-dü-dü-dü-dün. Hier sind noch welcher da. Boah, wie geil diese Waffe ist. Alter Schwede. Wie cool diese Waffe einfach ist, feiere ich ein bisschen. Und wie geil heute das Spiel ist. Tolle Abkürzung. Brillant. Was jetzt? Lafayette, monokular. Hm. Wir müssen jetzt vorrücken. Die Schienen haben einen Schwachpunkt. Wenn ich da raufkomme, kann ich das Ding zerstören. Egraine, Lafayette, ihr müsst mir Feuerschutz geben. Percival, komm mit. Hm. Ach du Scheiße. Wow. Scheiße. Okay. Er hat dieselbe Waffe wie wir. Ist der weg oder nicht? Ne, steht noch da, ne? Scheiße. Ich glaube, jetzt ist er weg. Hilfe mal kurz. Aber klar. Warte mal, eben leuchtete gerade irgendwas genau da. Munition. Ne, war mit. Eben nachladen. So. Aua. Ja, warte. Das Termit ist platziert. Passt auf da unten. Ei, 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 ei. Danke dir. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke fürs Zusehen. Höh. Mhm. So, hier haben wir irgendwas zum Lesen wieder. Rule Britannia, but where is the Queen? Hm. Wir nähern uns jetzt dem Tier. Finde einen Weg zu uns. Verstanden. Ja, ich versuch's mal. Genau, Gutsnächten und so weiter. So. Na los. Okay. Schauen wir mal. Hey. Wo ist der Kommandant? Da drüben. Na los. Sergeant. Sir. Was machen die Ritter ihrer Majestin? Warum ist das Gelände nicht gesichert? Wir haben da was gehört. Bleiben sie besser zurück. Scheiß Sicherheit. Halt. Hast du das gehört? Wo sind die restlichen Rebellen? Ja, genau. Es ist totenstill. Da stimmt etwas nicht. Da stimmt was nicht. Galaherd, hast du? Ich hab's gesehen. Hab ich doch gesagt. Was gesehen? Halbblüter. Sie kommen vom Krankenhaus. Wir müssen sie vertreiben. Schnell. Rufen sie's. Sentinel 5. Hier ist Galahad. Hören Sie. Sir Galahad, hier Sentinel 5. Wir sind bereit. Sentinel 5. Wir fordern umgehend den Abwurf einer Sonarladung an. Bestätigen Einsatz einer Golden Ladung. Erbitten Sichtbarke zur Ziellokalisierung. Verdammt. Wer hat einen Transmitter? Hier, Monsieur. Mein Kommunikator. Dann ist das Ding noch zu fast noch, Sir. Marke wird anvisiert. Anker wird gesetzt. Golden Einsatz erfolgt in 5. 4. 3. 2. In Deckung! Alle Geräte aus! Das ist unser Fenster. Los! Finden Sie heraus, woher diese Biester kommen. Ich nehm die Rückseite. Monsieur, die werden Sie brauchen. Vorsicht, meine Freunde. Immer doch, Maki. Lampe? Hoffentlich funktionieren die. Nützt die U-Bahn, um zum Krankenhaus zu kommen. Oh Gott. Oh, hier sieht es aber schlimm aus. Aje. Schätze, wir sollten auf alles gefasst sein. Um die Laterne zu zielen. Wir sind nichts dabei. Ein endloser Kampf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich noch nie gesehen. Wo ist denn hier bitte vorne? Wo ist hinten? Sie laufen immer schlimmer. Ach da, okay. Eieieieiei. Alter, hier liegen Beine rum. Oh Gott. Hilfe. Welches Abenteuer habe ich mich denn hier gestürzt? Hey, ich dachte, das wäre nur so ein Shooter gegen Rebellen. Juppie. Aber wir wissen ja, es gibt ja die Halbblüter. Was ist das denn für eine U-Bahn, wo es Bücher gibt? Einfach so. Oder war das mal hier so ein Bücherladen? Ach, Newspapers. Aha. Na, so ganz so Newspaperhaft sieht das hier nicht aus. Oh Gott. Mhm. Schön. Erinnert mich ein bisschen an Heal Say Lie mit der U-Bahn. Das VR-Spiel. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. No Smoking, okay. Hier geht es noch rein. Bevor ich jetzt die Tür öffne, warte mal. Gehen wir mal eben gucken, was hier ist. Irgendwas Interessantes. Ist nur der Boiler Room. Okay. Der Ausgang ist auf der anderen Seite. Suchen wir einen anderen Weg durch. Sie ist voll Blut verschmiert. Guck mal. Bist du verletzt? Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt zurückgehen, dass... Gott. Beim Eierkauf. Entschuldigung. Okay, da ist eh zu. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie... Oh fuck. Munition. Sehr schön. Ah, die große Wurme habe ich jetzt nicht mehr. Ich bitte gleich, verpisst euch. Ähm. Oh, warte mal eben. Mir juckte mein Bein gerade. So. Äh. Wer ist eh denn hübsches hier? Jonathan... Jonathan... Nee, Johan... Horrors? Oder Horrors? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich der Onkel Benz der 80er Jahre. Oder des 18. Jahrhunderts. Ich gehe erst mal hier gucken, bevor ich zu euch gehe. Uuuh. Uuuh. Ii, Alter. Uuuh. So mal. So, da bin ich wieder. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, muss hin. Ach da. Aufpassen. Wie geil das doch alles hier so in Szene gesetzt ist. Mega, wie das aussieht. Oh. Ich mir das so vorstelle, dass so mal irgendwann mal Horrorspiele oder irgendwelche andere Spiele aussehen werden. Oh Gott. Hilfe. Was? Wo? Wo? Wo denn? Ach, da. Aua, ich bin getroffen. Fuck. Ich muss nachladen. Ja, komm nur mal angerannt, genau. Wenn ich schon die Gegner erledigt habe. Super. So, warte mal. Lach ich noch Munition? Ich, äh, schau mal eben. Ja, Munition. Munition, Munition, Munition. Ja, auch Munition. Sehr schön. Ne, ne, ich will nicht wechseln, ne, 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 ich will bei der bleiben. Ist ganz, ganz cool, der Revolver. Ah, mehr Revolver Nummer 1 stand da, glaube ich, unten rechts gerade. Waffe wechseln geht ja nicht, ne, ne. Aber wir müssen ja mit einer Hand, müssen wir ja die Lampe halten. Oh. Wir sind fast da. Hoffen wir, dass wir unterwegs nicht mehr abgelehnt werden. Ich hoffe mal. Wie gruselig. Ähm. Okay, ich gehe nur mal eben gucken. Will ja hier nichts verpassen. Okay. Hier ist nichts. Hätte ja sein können. Ich möchte bei dem Spiel irgendwie gar nicht rennen. Ohne Spaß. Ist einfach so, ich will das einfach genießen. Okay, Whitechapel, hier sind wir schon mal richtig. Mhm. So. Dann gucken wir mal. Wer geht's los? Okay. Was ist es? Mit wem spricht Percival da? Merkwürdig. Nicht mehr lange und die Lykaner sammeln sich und kommen zurück. Strange. Percival hat bestimmt was zu verbergen. Da wette ich mit. Boah, wie geil das aussieht. Alter. Royal Hospital. Whitechapel. Alter, wie geil das aussieht. Lecko funny. Krass. Krass. Wir haben nicht nur die Lykaner gewütet. Die Zeit hat ein Übriges geleistet. Diese Patienten wurden misshandelt. Boah, Alter. Boah. Geist. manguen. Ach. nic. Joe. Vielen Dank.